Willkommen liebe Leute, zurück zu Super Mario Maker. Heute ein Level von Aaron. Star Run for Trollplay plus Secret. So. Ich würde sagen, 11,11, das sieht gut aus. Star Run for Trollplay. So, also uns erwartet hier also ein Sternenrun. Nein, erstmal kriegen wir einen Pils. Oh, äh, ganz kurz, bevor ich jetzt loslaufe, hier diese Hintergründe und Vordergründe, guckt euch das mal an. Das ist nicht ganz gut gelungen. Ah, das hätte man anders lösen können. Wow. Oh, okay. Oh, oh. Trotzdem nehmen wir den Pils mit. Selbst wenn ich unbesiegbar bin, ich glaube, das macht mich aber eher dann mehr zu einem Opfer statt zu einem, ähm, Sieger. Sag ich ja. Das macht mich eher zu einem Opfer. Meiner eigenen selbst. Daher nehmen wir jetzt die kleine Variante. Ach doch. Halt, stopp. Why? Gibt es übrigens irgendwo ein Secret? Mit einem Trollplay-Logo, habe ich gehört. Würde mich jetzt aber mal interessieren. Wo ist das Secret? Oh, da, da. Na gut. Nicht das Logo selber, aber es steht da Trollplay. Okay. Münzen. Äh? Ah. Noch mehr Leben. Danke, 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 danke. Jippie. Jetzt muss ich aber gucken. Wo komme ich denn hier raus? Gar nicht, ne? Ich muss hier ganz normal zurück. Ach, komm. So ein großes Secret war es jetzt auch nicht, aber es war eine gute Entscheidung, da erstmal lang zu gehen. Okay. Ui, ich habe es geschafft. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Äh, was? Äh. Was soll ich denn das jetzt machen? Boah, schnell durch da. Oh, oh, ja. Ha, das war knapp. Das war richtig knapp. Oh. So, liebe Kinderlein. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann, was passiert, wenn Mario auf einem Stachel mit seinem Popo... Ähm. So. Kommen wir zur Bewertung des Levels. Ähm. Natürlich gibt es jetzt hier einen kleinen Bonus wegen dem Trueplay-Secret. Nein, kleiner Scherz. Aber, äh, vom Star-Run her, ähm, war es in Ordnung. Es war jetzt nicht unfair. Ich musste nur wirklich überlegen, schaffe ich den Sprung da mit diesen ganzen Fire-Chains? Und, ähm, von dem her, war das akzeptabel? Würde ich sagen, ja. Geht aber mehr. Geht aber mehr. Geht mehr, aber war akzeptabel. War akzeptabel, würde ich sagen, ist in Ordnung. Hat es einen Wiederspielwert? Gut, ich habe jetzt alle Geheimnisse entdeckt. Von daher... Wenn man jetzt nicht alle entdeckt hat... Es ist ein... Ja, gut, ich habe... Meine Zeit sind 1,59. Gut, Weltrekord. Man könnte es versuchen. Man könnte es versuchen, wenn man nicht versucht, den Geheimgang zu entdecken, kann man diesen Weltrekord sogar brechen. Kommen wir aber zum Optik und dem Design. Wie gesagt, da ist das, was ich sagte, da ist mehr möglich. Da ist wirklich mehr möglich. Weswegen ich da sage, nein. Nein, da geht wirklich mehr Abwechslung. Nicht so viele Spikes. Vielleicht die Spikes auch tauschen. Kann man halten, wie man möchte. Ja? Bloß, da war mehr. Aber ansonsten war es soweit in Ordnung. Die Kreativität in Form von dem Sternenrun. Einem, sag ich jetzt mal, fast schon Nintendo-like Sternenrun. War es in Ordnung. Ja? Aber. Troll, Gegner, Spam, unfair. Muss ich ganz ehrlich sagen, war es zu keiner Zeit. Es war nicht unfair. Es war zum Schluss wirklich dann, weil ich nicht klein war, da hatte ich wahrscheinlich so ein paar Probleme, da hochzukommen. Kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Aber ich fand es jetzt nicht unfair. Es war halt wirklich knapp bemessen. Ja? Vielleicht hätte ich einfach nur anders loslaufen müssen. Ja. Und wenn ich die Zuschauer sehe, dann hat dieses Level einen Stern verdient. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht die Kinder hier wissen wollen, was passiert, wenn Mario einen Stachel im Hin... Egal. Ähm, hier ist der Stern. Und wenn ihr auch Level habt, unten in der Beschreibung findet ihr einen Link. Dort könnt ihr euer Level einsenden. Ansonsten das Ganze immer mittwochs 20 Uhr live auf twitch.tv. Slash trodop. Ich bedanke mich, sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.